Kurz gucken, ob ich da irgendwo runter kann. Yo. Ha? Als ob ich es gerochen hätte. Hier scheint es reinzugehen. Mal sehen. Nur bei uns in Bayern ist es immer ein bisschen schwer, wenn wir das Pläser sind. Die Bäume leben. Zumindest noch. Wie komme ich denn da rein? Das ist irgendwie so eine Markierung am Boden zumindest. Muss ich da vielleicht durch so ein Graben dann da hinten rein? Hä? Was war das? Ich habe einfach einen Shortcut gefunden für eine Teleportation. Wie komme ich denn da jetzt rein? Da drüben müsste das Haus sein, wo ich gerade gecleatet hatte. Ach nee, Replicant. Das war so toll, das Spiel. Das würde ich gerne nochmal so komplett vergessen, dass ich es einfach nochmal neu zocken kann. Mich interessiert gerade mehr, wie ich da reinkomme. Wenn wir halt und demenz sind, übe es gut. Einfach jedes Spiel nochmal neu zocken. Ah, okay. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Bär von Nütze. Ah. Ist nicht sicher, ob du sympathisch genug bist, um es Bär von Nütze. Bär von Nütze. Du wirkst vertrauenswürdig und kannst es eigentlich erfahren. Dann sag mal. Ist das hier der Eingang? Was glaubst du, wie viele solcher Tage die Welt noch hat? Nee. Ich mag es in Bayern. Wir haben halt keine Lost Places, aber sonst ist es hier schön. Wir haben keine Lost Places, aber dafür haben wir einen Söder. Willkommen in der Hügelhöhle. Die ist schön und trocken. Was ist das? Hat er nicht gerade gesagt, dass sie trocken ist? Super-Effektivist. Super-Effektivist. Flick-Effektivist. Du bist verletzt. Huck, huck! Aufgeladen! Die kleinen Nerven voll. Schocky-Schocken! Na komm schon! Das nenne ich eine Fleischwunde. Das Ding hat doch nicht mal Fleisch. Aha. Jeder Tag bietet dir eine neue Chance dein Schicksal zu erfüllen. Ein Knuff-Schnuffel. Aua. Es wird knapp. F**k ey. Die hat nix. Gut. Uff, Alter! Vielleicht ist das Ding einfach nur antikes vertrocknetes Fleisch. Okay, das macht Sinn. Entschuldige, dass ich so dumm war. Da ist ne Kiste, geil! Aha. Find ich gut. Ich brauche Heilung. Ich tu mir nichts die Tentakel, oder? Anscheinend nicht. Okay, das ist einfach der andere Weg, den ich hätte gehen können, oder? Ja. Gibt's jetzt hier noch irgendwie coolen Loot? Das hat sich ja jetzt voll nicht gelohnt hier rein zu gehen. Da kannst du auch gleich in einen See springen. Ja. Das ist mein Loot, dieses Medikit. Das war's. Dafür habe ich mich jetzt hier unten verbrühen lassen. Also, wenn ich hier jemals wieder lebendig rauskomme, muss dafür jemand bluten. Wie süß der da klettern kann. Aber Süßes, ich speichere jetzt hier mal rein. Ich mache hier mal Schluss für heute, okay? Weil es jetzt einfach schon voll spät ist. Der Part geht jetzt auch schon wieder eineinhalb Stunden. Ja, überschreiben. Oder weißt du was? Ich noch ganz kurz mache. Einfach weil mir gerade der Schelm im Nacken sitzt. Da. Schnellreise. Gehen wir mal noch ganz kurz. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich mir neue Waffe noch machen kann. Mit diesem Griff oder was. Das ist das, was ich vorhin hatte. Dann stellen wir, wer Böses denkt. Ja, so schaut es nämlich aus. Wir haben nämlich nur ehrbare Gedanken. Ich habe mega Hunger. Ich brauche langsam mal was zum Essen. Die Myriad-Festung. Zum Team-Triggern. Ist der jetzt noch live oder was? Ja, das ist nur eine Side-Quest. Lass mal den mal labern. Die Pling-Plong-Jagd. Da hinten ist irgendwo ein Pling-Plong zum probieren. Hier. Den Schmied will ich. Das Sägeblatt ist ein Zusatzteil. Nochmal so ein Katana-Griff. Die sind halt nie verkehrt, ne? Das ist ein cooler Griff. Also da gibt es jetzt gerade nur Griffe und keine... Keinen coolen Shit. Frisch gekauft. Da bist du gut weggekommen. Dann pass mal auf. Könnte jetzt ich mir potenziell was cooles basteln. Das ist eine Klinge. Ja. Ja. Entstauben und losschlitzen. Geil. Ha. Jetzt ist das jetzt das neue Ding. Ich seh halt deswegen im Rucksack nicht. Es müsste das sein, das neue, was ich gequipped hab. Das müsste das sein, das neue, was ich gequipped hab. Ja, Mann. Wild. Pass auf, dass sich nichts anschleicht. Den Schusswaffendud brauch ich nicht. Wo waren diese andere Händlerin? Was ist noch hinten? Gab's nicht noch ein Ver... Ha? Kleidung hier. Sind so teuer hier. Das ist cool eigentlich. Natürlich. Das ist nochmal das coole im Billiger gewesen. Hm. Hm. Hm hm hm. Fernkampfteile. Zum Glück bist du das losgeworden. Ne, ne, ne. Fernkampftypen. Gibt halt geil Geld. Weg damit. Die können wir, glaub ich, die Trost verkaufen mittlerweile. Ich hebe mal die auf, weil ich die nochmal auseinander nehmen möchte. Was der grad für ein lautes Auto fährt, ey. Geil. Ich bräuchte halt meine Hose. Bin zu unzufrieden mit meiner Hose. 2800 bräuchte ich. Die für 3050 wär halt... 3053 wär halt geil. Okay. Aber hier speichere ich jetzt einfach mal. Ne? Haben wir das? Ich denke, wenn ich jetzt dann heute von der Arbeit heimkomme, vom Spätdienst, machen wir weiter mit The World Ends With You. Wir müssen es ja mal fertig kriegen. Aber... War cool. Würde ich vielleicht eventuell echt weiterspielen wollen. Also mir hat das Spiel echt gut gefallen bisher. Ich mach jetzt die Aufnahme schon mal aus. Danke fürs Dasein. Kuss auf die Nuss. Oke. 0BI BBER BELT BÄH BK Die Kammer